Was genau verursacht eigentlich unsere CO2-Emissionen und was bringt eine Wärmepumpe? Changing the Game Neighborhood ist die Klima-Challenge, in der ihr auf spielerische Weise die Zusammenhänge unseres Energiesystems kennenlernt und versucht, die politischen Klimaziele für eure Nachbarschaft zu erfüllen. Am 5. September war es endlich soweit. Die zweite Auflage des Lernspiels wurde der Öffentlichkeit vorgestellt. Rund 30 Vertreterinnen von Schulen und Bildungseinrichtungen trafen sich dafür im PFL-Kulturzentrum in Oldenburg zum offiziellen Release. Nach mehreren begeisterten Spielrunden an sechs Tischen wurden die ersten 100 Exemplare an die Bildungseinrichtungen übergeben. Neben dem siebenköpfigen Kernteam waren rund 120 Personen daran beteiligt, die neue Version des Spiels zu verbessern und möglichst nachhaltig zu produzieren. In dem Brettspiel spielt man sich in drei Runden durch die politischen Klimaziele der Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahre 2040. Änderungen am Energiesystem führt ihr mit Hilfe von Handkarten durch, die ihr zuvor gemeinsam diskutiert. Denn die Klima-Challenge gewinnt man nur als Team. Spielen lässt sich Changing the Game Neighborhood möglicherweise schon in einer der Schulen in und um Oldenburg. Damit aber nicht nur SchülerInnen die Möglichkeit haben, in das Spielgeschehen einzusteigen, erhalten auch Bibliotheken und andere Bildungseinrichtungen diverse Exemplare als Verleihversion. Wo Sie das Spiel ausleihen können und weitere Informationen finden Sie unter ctg-neighborhood.office.de Dann sind Sie ein Musik. Ohne diese Musik. Musik 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 Vielen Dank.